Aber sonst ist ja nix. Da muss was oben sein. Die Steuerung hier ist scheiße. Verdammt. Ja, ja. Perfekt. So, jetzt stellen wir dieses Festlein hier hin. Wie wir es schon davor hatten. Es ist ja überhaupt nicht langweilig, mir dabei zuzusehen, wie ich Fässer hinstelle. Nein, Christoph, das ist dir nicht langweilig. Das ist überhaupt nicht langweilig. Also. Fast. Fast, fast, ja, ja, komm, nein. Oh, bist du blöd, du schwules Fass, du. Danke. Jetzt komm her. Jetzt, ich... Gibt's das auch noch? Ich muss mich da gerade voll, äh, total konzentrieren. So, jetzt nehmen wir diese Kiste. Can you hear me? It's not too late to step things right. Haha, ich bin awesome So So, gibt's hier was? Ja, haha Wachswalze, was ist das? Zum Abspielen in Phonographen Kapier ich nicht, aber okay Das war, das war alles Ja, mach deine Konstruktion hin Ah, das ist jetzt echt hier alles oder was? Wie willst, wie will man das Schloss aufkriegen? Die eine hat doch gesagt, man kann alle retten Und ich will den retten Ja Es gibt doch hier nichts mehr, jetzt gehe ich dann weiter und kill den Nein, ich will den nicht töten Verdammt Ja, ich bin Justine und jetzt gib Ruhe Ich versuche dich herauszuholen Wartet Wartet, wartet Nein, das wäre schon arschig Hallo? Im Penumbra konnte man einfach Sachen dagegen laufen Wartet Nein Vielleicht was festeres Das da zum Beispiel Ja, genau Komm schon Lass doch weiter weg Das ist ein scheiß Schloss Wartet, wartet, wartet Nein Die Leiter Nein Gut Nein Nein, das ist nicht gut Wie rettet man den? Aha Da haben wir es ja Damit Gib's zu Damit kriegen wir das Schloss auf Verdammt, was muss ich hier machen? Das gibt's doch nicht Ich will ihn nicht töten Geh weg Hier irgendwas? Nein, hier gibt's nicht Halalalalalala So Wow Das muss auch jemand können Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich hatte keine idee Vielleicht ist es hier irgendwo Wo noch? Wow What the fuck What the fuck Oh 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 fuck Oh mein Gott 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 Oh Gott Oh Gott. Oh, heilige Mutter Gottes. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, ich weiß jetzt buchstäblich, wie sich Funk Royale gefühlt hat. Als er diese Monster gesehen hat. Oh, bitte geh weg. Geh weg, geh, ich mag dich nicht. Das steht da, oder? Ich hab solche Angst. Ich hab jetzt echt einen Schrecken bekommen. Okay, wir gehen ganz vorsichtig. Schade, dass ich keine Waffe habe zum Schießen, weil dann könnte ich sie einfach abknallen, diese Mr. Dinger. Aber irgendwo gibt es einen Schlüssel und ich muss ihn retten. Warum muss ich das? Ich weiß nicht, aber... Ich müsste es gar nicht. Aber ich kann ihn doch nicht sterben lassen. Oder Leute, was meint ihr? Er ist... Vielleicht ist er ein Mörder. Der ist verdient oder ein Kinderschänder, was noch schlimmer wäre. Hey, wenn ich wüsste, dass das ein Kinderschänder ist, würde ich den einfach sterben lassen. Das wäre mir so scheißegal dann. Wo ist das Monster hin? Es muss doch hier noch mehr geben, das gibt's doch nicht. Euch geht das bestimmt schon so total auf den Sack, wie ich hier umherrenne und versuche, irgendeinen Menschen zu retten, den ich niemals kenne. Aber... Verdammt. Da unten. Irgendwo ist hier ein Schmied oder was? Ist hier denn gar nichts? Wieso ist hier denn nichts? Wie soll man denn den retten? Ich verstehe das nicht. Wie will man den retten? Das geht doch gar nicht. Ich... Ich habe im Inventar nichts. Wartet mal. Nein, das wird nichts. Keine Momentos vorhanden. Keine Tagebücher. Keine Tagebücher vorhanden. Ich habe nur das... Was ist dein Phonograph überhaupt? Sowas da. Es ist... Ah ja, es ist sowas. Okay. Eine Wachswalze. Okay. Da unten muss eine Schmiede sein. Ich verstehe das nicht. Vielleicht hier doch noch was. Aber es gibt es doch nicht. Aha. Aha. Erfloschend. Das bringt mir nichts. Wie hast du es geschafft? Ups, falscht das denn. Hier vielleicht was noch, was ich übersehen habe. Aha. Ein Stein, aber das ist ein Stein, den ich aufnehmen kann, sonst kann ich keine Steine aufnehmen. Vielleicht kann ich damit aufschloss. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh auf, schloss, geh auf. Pfff. Fuck. Das darf doch nicht wahr sein. Sonst gibt es ja schon aber nix. Die eine Frau hat doch gesagt, es gibt immer einen Ausweg. Es können alle gerettet werden. Aber das gibt es doch nicht. Wie kann man denn den retten? Ja, man kann den Torn retten, wenn man den Schlüssel hat, aber es gibt keinen Schlüssel. Es ist mir sehr unbegreiflich, wie man diesen Mist kann. Jetzt werde ich meine Geheimwaffe einfach einsetzen. Die Violine! Ja! Nein, funktioniert nicht. Ffffuck! Wartet. Vielleicht den Hebel abbrechen. Aber was würde mir das bringen? Keine Ahnung. Oh, nein. Nein, nein, nein. Das da leuchtet rot. Das da leuchtet. Das da leuchtet. Wack, 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 wack. Dort oben ist doch auch nichts Ich war ja oben In den Kisten ist ja auch nichts